Dieser Ford Tourneo ist hier zum Verkauf angeboten. Acht Personen haben in diesem großen silbernen 5-türigen Windplatz. Der Venn bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Physiofix, Kindersitzbefestigung, Navigationssystem, Partikelfilter, Einparkhilfe und noch vieles mehr. Das Schaltgetriebe des Diesel überträgt eine Leistung von 155 PS. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 35.440 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohaus Kögler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis.